Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich grüße Sie wieder mal mit einer Ausgabe des Videostrategitikers heute am Freitag, dem 20. Oktober 2011. Auch gestern war die Tendenz an den Märkten nicht ganz einheitlich. Das zeigt sich zum Beispiel schon auch hier am Verlauf der größeren Indizes hier in Deutschland. Der DAX konnte etwas zulegen, gestern um 0,61%. Der MDAX auf der Verliererseite mit 0,44%. Und am TechDAX gab es sogar ein Plus von 1,69%. Also durchaus eine ansehnliche Aufwärtsdynamik bezogen auf den gestrigen Börsentag. An der Wall Street aber doch eher schwächere Vorzeichen. Der S&P 500 verlor 1,26%. Der NASDAQ 100 sogar 2,03%. Also hier in diesem Fall eine durchaus ordentliche Dynamik auf der fallenden Seite. Hintergrund für die Schwäche der Wall Street dürfte zum einen der Konjunkturberichte der amerikanischen Notenbank gewesen sein, das sogenannte Beige Book. Die Konjunkturaussichten für die USA haben sich offensichtlich weiter eingetrübt. Bei den Technologiewerten dürfte gerade auch die Ergebnisenttäuschung, sofern man das so nennen mag, von Apple hier für Gegenwind gesorgt haben. Apple hat ja sehr, sehr gute Zahlen veröffentlichen können für Umsatz und Ergebnis. Aber die Markterwartung war eben doch noch unter dem Strich optimistischer gewesen. Und das ist bei Apple schon eine ganz besondere Entwicklung, die durchaus bemerkenswert ist. Kleiner Seitenblick vielleicht noch auf die Inflation in den USA. Die Verbraucherpreise zeigten im September, im Jahresvergleich September, einen Anstieg von 3,9%. Also ein durchaus hohes Inflationsniveau. Beim Kernindex gab es einen Anstieg um 2,0%. Auch dies an die Jahresvergleichszahlen. Einige Schlaglichter bleiben wir aber dann auch noch kurz in den USA. Aus dem Aktienbereich oder Unternehmensbereich fangen wir mit United Tech vielleicht mal an. Der Mischkonzern hat die Prognose etwas höher gesetzt. Erwarteter Gewinn nun 5,47 Dollar. Und damit lege man 2 Cent oberhalb des oberen Prognoserandes. Also eine durchaus positive Meldung. Die Umsatzprognose wurde bekräftigt. Demnach dürfte der Umsatz um fast 7% steigen auf 58 Milliarden Dollar. Weitere Aktie oder weiteres Unternehmen aus den USA. American Express. Es gab eine Gewinnverbesserung von 873 Millionen Dollar auf 1,2 Milliarden Dollar. Damit waren die Geschäftszahlen insgesamt eher besser als erwartet. Gleichwohl war die Aktie nachbörslich schwächer. Es gibt offenbar Sorgen, die auch mit der europäischen Schuldenkrise zusammenhängen. Und vielleicht auch mit der Frage, ob in einer solchen Situation auch weniger konsumiert wird bzw. weniger mit Kreditkarte bezahlt wird. Ja, damit sind wir im Prinzip auch schon beim Thema Europa. Ein Dauerthema leider vielleicht. Es gibt Gemunkel über Unstimmigkeiten von Deutschland und Frankreich in Bezug auf den Stützungsfonds bzw. das weitere Vorgehen. Die Regierungen scheinen nun recht fieberhaft an Lösungen zu erarbeiten oder auch dem kommenden Wochenende recht fieberhaft entgegenzugehen. Letztlich wird es einen Hebel für den EFSF aber wohl doch geben. Die Fasson ist vielleicht noch etwas offen, aber es dürfte relativ klar sein, dass auch das erhöhte Volumen von 440 Milliarden Euro letztlich wohl für die Märkte im Moment nicht groß genug ist, um wirklich die sogenannte Bazooka zu sein, also um den Märkten wirklich ein ganz starkes Signal zu geben, dass die Märkte aufgefangen werden. Ziel sollte natürlich sein, privates Kapital wieder in den Ring zu locken. Und wenn das gelänge, dann müsste möglicherweise das Garantievolumen auch gar nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Aber der Markt braucht eben in diesem Fall durchaus auch große Zahlen, um sich hier zumindest ein Stück weit in Sicherheit wiegen zu können und dann auch wieder eine höhere Risikobereitschaft zu zeigen im Anlageverhalten. Kommen wir zu einigen deutschen Unternehmen bzw. Aktien. Fangen wir mit der deutschen Börse an. Die Quartalszahlen waren besser als erwartet. Das kommt eigentlich nicht ganz unerwartet, denn es hat ja in den letzten Monaten mitunter doch sehr hohe Umsätze an der Börse gegeben. Insofern passt das schon. Der Überschuss wurde nach der vorläufigen Rechnung verbessert um 95 Prozent, also sehr satt auf 315 Millionen Euro. Bereinigt um Kosten für den Zusammenschluss mit der NYSE und dem Effizienzprogramm ergibt sich beim Überschuss ein Anstieg um 44 Prozent, ebenfalls ein sehr ordentlicher Wert, auf 245 Millionen Euro und dies bei einem Umsatzanstieg um etwa ein Fünftel auf 605 Millionen Euro. Nächster Axel im Schlaglicht Adfa. Das Unternehmen konnte bessere Zahlen vermelden als erwartet. Zumindest was das, also unter dem Strich würde ich mal sagen, der Überschuss wurde verbessert von 2,4 auf 9,7 Millionen Euro, also in etwa vervierfacht. Allerdings sind darin auch Sondereffekte enthalten, zum Beispiel Währungsgewinne und auch mindestens ein Steuerertrag. Aber auch beim Betriebsergebnis konnte man sich etwas verbessern von 3,3 auf 4,4 Millionen Euro. Die Aktie ja relativ ausgeschlagen, sagen wir mal, oder heruntergeprügelt derzeit auf Erholungskurs. Zooplus, weitere Aktie hier im Kurzfokus. Es gab vorläufige Daten. Demnach ist die Gesamtleistung in den ersten neun Monaten 2011 um 37 Prozent verbessert worden auf 185 Millionen Euro. Der Umsatz gegenüber Vorjahreszeitraum wurde um etwa 43 Prozent hochgefahren. Das sind eher Vorabzahlen oder vorläufige Zahlen. Den vollständigen Bericht soll es dann am 18. November geben. Damit sind wir beim Terminkalender angekommen. Für heute war beziehungsweise ist angesetzt Deutschland. Erzeugerpreise September. In Bezug auf die Eurozone die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank. Dann am Nachmittag unserer Zeit eine Reihe von Meldungen aus den USA. 14.30 Uhr. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche. Dann um 16 Uhr unserer Zeit mindestens drei Meldungen. Nämlich Verkäufe bestehende Häuser September, Frühindikatoren September und Philadelphia Fed Index Oktober. Abschließend zur Strategie. Die Berichtssaison liefert ein durchaus ausgewogenes Bild. Also nicht nur negative Signale. Es hat ja einige Warnungen gegeben. Sondern auch durchaus positive Signale, positive Schlaglichter. Und zu diesem generellen Rahmen beachten Sie bitte auch die Seite 1 im Frankfurter Börsenbrief von dieser Woche. Denn lassen Sie sich von den negativen Nachrichten, die zum Teil vielleicht ein wenig Angst machen können, nicht zu sehr verunsichern. Denn zum aktuellen Marktbild und Marktumfeld gehören eben nicht nur diese negativen Betrachtungen und Risikofaktoren, die es zweifellos gibt auch. Aber es gehören eben auch die positiven Seiten mit dazu. Und entsprechende Chancen sollte man dann eben auch konkret nutzen. Wenn sich konkrete Signale ergeben, konkrete Storys ergeben, sollte man hier durchaus auch investieren. Allerdings, und das gilt weiterhin, bitte nicht alles Pulver verschießen. Erlassen Sie sich auch ein Stück weit Liquidität da, damit Sie handlungsfähig sind. Denn, ich hatte es eben schon angedeutet, Risiken verbleiben natürlich und sie sind durchaus auch groß und substanziell. Die Politik hat nun eine ganz wichtige Rolle und steht nun unter dem sehr großen Druck, nun auch wirklich liefern zu müssen. Das war es für heute, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen guten Börsentag. Ihr Walter Tissen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.